Ihr hört Glück und selig. Lina und die Sache mit den Wünschen. Von Dagmar Bach. Gelesen von Christiane Marx. Ein Hörbuch des Argon-Verlags. Prolog. Arthur. Arthur ließ seinen Blick durch den großen Ballsaal gleiten. Die Paare hatten sich von ihren Plätzen erhoben, die Stühle zur Seite geschoben und angefangen zu tanzen. Er reckte seinen Kopf, aber er konnte sie nirgendwo entdecken. Verdammt, wo steckte sie nur? War sie vielleicht doch noch im Foyer aufgehalten worden? In diesem Moment entdeckte er sie. Sie saß auf einem der zurückgeschobenen Tische an der Wand, neben Matz. Sie trug ein schwarzes Kleid, und ihre langen, blonden Haare, die sich über ihre Schultern wellten, waren ein wenig zerzaust. Auf ihrem Kleid erkannte er graue Flecken. Was der Himmel, wo sie vorhin gewesen war? Doch ihre blauen Augen leuchteten im festlichen Licht beinahe. Und ihr Lächeln? Sie hatte keine Ahnung, dass sie absolut umwerfend aussah. In Arthors Bauch begann es zu kribbeln, doch er versuchte, cool zu bleiben, versuchte, sich nicht anmerken zu lassen, wie er sich fühlte, wenn sie in seiner Nähe war. Ehregefühle allerdings standen ihr häufig offen wie in einem Buch ins Gesicht geschrieben, in diesem Moment ganz besonders. Ihr ganzer Körper wippte im Takt der Musik mit und ihre Augen glänzten, während sie die Tänzer beobachtete, die durch den Raum wirbelten. Er hätte den ganzen Abend in der Tür stehen bleiben und sie anstarren können, aber in diesem Moment wurde sie auf ihn aufmerksam und winkte ihm zu. Wie auf Befehl setzten sich seine Beine in Bewegung. Das Orchester intonierte einen Schlussakkord, während er sich durch die Menge der applaudierenden Tänzer zu ihr hinüberdrängte. Meine Damen und Herren, vielen Dank. Bitte bleiben Sie auf der Tanzfläche. Wir machen gleich weiter mit einem weiteren Walzer, dem Blumenwalzer von Tchaikovsky, sagte der Dirigent. Wieder erklang Musik, leiser und langsamer diesmal, und um Arthur herum setzten sich die Tanzenden abermals in Bewegung. Er kam an Noah und Julius vorbei, beachtete sie aber gar nicht. Er sah einfach nur sie, wie sie da saß und strahlte. Ein einziger heller Stern in diesem Raum, der ihn magisch anzog, bis er direkt vor ihr stand. Sie lächelte ihn an und fragte irgendetwas wegen seines Vaters, aber er konnte sich nicht konzentrieren. Nicht, wenn er sich die ganze Zeit zusammenreißen musste, sie nicht auf der Stelle zu küssen. Er murmelte etwas, aber sie schien ihm gar nicht richtig zuzuhören, denn sie reckte ihren Kopf schon wieder zur Musik. Vincent warf ihm einen seltsamen Blick zu, während er sich erst neben Lina setzte, dann sofort wieder aufstand und nervös auf- und abging. Okay, er würde das jetzt tun, obwohl er wusste, welche Konsequenzen es haben konnte. Aber sie war es sowas von wert. Er baute sich vor ihr auf und sie lächelte zu ihm hoch. Rutsch mal, Arthur, jetzt wird's gerade spannend da vorne, sagte sie zu ihm und berührte ihn leicht am Arm, als sie versuchte, an ihm vorbei zur Tanzfläche zu sehen. Doch er dachte nicht daran, sich zu bewegen. Im Gegenteil. Arthur, sagte sie. Bitte, ich will doch… Er räusperte sich. Ist alles okay? Fragte sie ihn. Weil, schau mal, da vorne könnte es richtig spannend werden, wie in einer Seifenoper. Wenn nur nur ein Stückchen zur Seite ging es, dann… Lena, sagte er nur. Sie sah ihn an. Ja? Er atmete tief durch. Fünf Wörter. Fünf Wörter, die er jetzt sagen würde und die ihrer beider Welt auf den Kopf stellen würden. Das wusste er. Aber es war ihm total egal. Er hielt ihr seine rechte Hand hin. Willst du mit mir tanzen? Ihre Augen wurden groß. W-was? Tanz mit mir. Bitte. Plötzlich spürte er, wie alle Nervosität wie weggeblasen war. Er nahm ihre Hand und führte sie an den Rand der Tanzfläche. Sie war fast einen Kopf kleiner als er. Doch als sie ihre Tanzposition einnahmen, war es, als ob er nach langem Suchen den Schlüssel… und sich nicht mehr wie el aun sollt. Wer ist, als sie ihre Arena übrig, als sie ihre spezifit zu sein, ist, ... Aber in Ossofern ist ein Problem.